hallo ihr online-geist da draußen christian hier wieder mit simon oder mal wieder mit simon je nachdem wann ihr das hört und wir beide sind heute total motiviert absolut ja ich platz was zu einer gehen und ich kann dann am liebsten bombstämmer ausreißen gehen wir wollen nämlich heute auch mal ein bisschen über motivation sprechen vor allem was uns motiviert würde ich mal sagen und auch wie wir halt motivation im privaten alltag finden aber auch im berufsleben wir sind ja beide selbstständige du hattest dich ja mal als angehender jungunternehmer bezeichnet genau auch wenn natürlich selbstständigkeit dazugehört und ganz ehrlich fürs finanzamt du bist selbstständig denen ist es egal ob du angehend bist oder nicht recht hast du ich habe gerade selber auch so eine kleine nebentätigkeit wo ich jetzt gestern meine ersten umsätze feiern durfte und zwar habe ich im internet vor ein paar monaten von einem anderen youtuber der so im unternehmerbereich sich auch bewegt und das selber auch als unternehmer bezeichnet gesehen der meinte okay lass online t-shirts verkaufen gehen wo ich erst mal dachte so okay klingt interessant hat das halt so vorgestellt es gibt so diese plattform so spreadshirt und ko und da kann man dann selbstständig motive gestalten und hochladen mit dem designpreis versehen und dann werden die verkauft und da könnte man ohne wirklich groß vorkenntnisse einfach mal anfangen muss halt zeit reinstecken macht es nebenbei ein bisschen und schaut was bei rauskommt also habe ich irgendwie vor zwei monaten angefangen habe gesagt okay einfach mal schauen als mir so grafikprogramm dann auch geholt und habe dann angefangen die einfach nur so schriftzüge und sowas so auf t-shirts zu gestalten so ganz simples zeug und dann habe ich dann aber stück für stück herang getastet zeichne jetzt auch wirklich motive zeichne nach verändere und co und habe dann so 300 motive als online stehen und jetzt gab es gestern den ersten umsatz wo ich also ein geiles gefühl feine sache habe ich ähnlich aktuell mit einem kollegen von mir jüngerer herr mit dem ich da jetzt zusammenarbeit auch total motiviert weil einfach einfach was reißen möchte ich glaube da ist einfach schon happy wenn man ernst nimmt und da haben halt auch ein kleines unternehmen zusammen gegründet dann einen online shop hochgezogen auch erstmal so ihre ganz ganz simple gibt es auch ihr shopify und so weiter und da hat man auch schon verschiedene umsätze generieren können war teilweise auch schon wirklich ganz gut gewesen jetzt ist aber also dieses klassische dilemma es läuft so ein bisschen aber halt eben nur wenn man wirklich was aktiv macht dann läuft es natürlich auch so dass jetzt so dieser diese leichte talsohle kommt nach der nach dem anfangs enthousiasmus ja kennst du auch diesen hype cycle sind garnier ja ja berg der überhöhten erwartungen wie ist tal talsohle der enttäuschung oder sowas allein aus den erfahrungen kann ich das schon sagen ich meine als ich angefangen habe zu design war das erst mal so dieses geil die ersten designs hochgeladen jeden tag irgendwie geschaut wann kommen die ersten umsätze nach so zwei drei wochen immer schön motive hochgeladen war das langsam so ja dann kommt ja dann nix und dann habe ich halt angefangen mich mehr auseinander zu setzen damit und habe immer gesagt okay ich möchte ja irgendwo da nicht nur irgendwie wörter drauf basteln sondern ein bisschen motive als habe ich zum beispiel so halloween katzen und sowas selber design habe eine vorlage genommen von so einer schwarzen silhouette was man so typisch kennt habe dann selber augen drauf gebastelt mit blut versehen und das ganze als halloween motiv gemacht hat mich eine viertelstunde gekostet aber hat mega spaß gemacht und dadurch ist meine motivation irgendwie wieder gekommen weil es halt irgendwo spaßiger wurde da sagst du auch was gutes motivation sollte ja eben nicht nur auf einer einzigen sache basieren ich nenne es immer gerne back up motivation wie jetzt bei dem in den t-shirts zum beispiel du hast die design um die zu verkaufen das ist ja am ende einfach der das unternehmerische handeln die globale strategie absatz generieren ja aber die motivation sollte ja nicht nur daher kommen damit geld verdienen zu wollen denn das wird sich am anfang ja sowieso erst mal nicht einstellen hast ja auch bestätigt ja definitiv also je nachdem wie tief man einsteigt kann man sagen gewisse aktivitäten zum beispiel sport selbst der aus mir heraus oder sachen die ich mache motivieren mich sauberes zimmer motiviert mich zum beispiel dann besser zu arbeiten etc da sind viele kleine sachen oder ein gutes essen als aussicht auf belohnung aber die wirklich wahre motivation und das auch wirklich im prinzip dass ja das fast fuel wo man dann wirklich auf hochgeschwindigkeit deine motivation bringt ist wenn man sich auseinandersetzt auf einer ganz tiefen ebene mit motivation und das ist dann wirklich was ist mir wichtig im leben was für werte grundsätzlich warum mache ich überhaupt etwas ja warum mache ich was ich mache und zwar nicht auf nah weil es spaß macht warum machen mir die dinge spaß ich hatte da wirklich auch schon mal ein gespräch mit einem studenten von mir das hat ja gesagt dass ich an klagenfort auch hin und wieder an der uni als dozent arbeite und das ist also schon so klassisch seminar mit meinen studien also da bin ich wirklich als klassischer dozent was ich immer noch ich finde es immer noch ein bisschen komisch sich da rein zu denken wenn ich dann auch erzähle von meinen studenten aber ich hatte wirklich mal jemanden der da auf mich zu kamen und meinte ich habe ich habe es jetzt halt eben gerade angefangen und so nach wo du sie wirken so als könnte man damit ihnen auch mal drüber sprechen ich habe motivationsproblem war mehr oder weniger die aussage ich weiß gar nicht warum ich dieses zeug eigentlich studieren will also überhaupt erst mal dieses warum das ganze und dann sind wir halt auch genau darin oft eingegangen also eben dieses warum also warum hast du überhaupt dafür ursprünglich interessiert was machst du vielleicht auch in deiner freizeit sagen wo du hier du zockst gerne videospiele welche denn eher ego shooter eher strategie spiele was spricht ich bei den jeweiligen dingern somit an das werde auch einfach mal wirklich diese ebenen langsam etwas auf poolen und freilegen und einfach dann sehen was treibt diese person einfach direkt mit an das waren ein paar allgemeine fragen aber es hat dem schon mal extrem weitergeholfen kann ich bestätigen ich meine ich habe mit solchen allgemeinen fragen auch angefangen mir hat es nicht gereicht deswegen bin ich da sehr tief eingestiegen auch mit hilfe mit hilfe dann von dritten die mir einfach diese spiegelung und neue fragen gegeben haben so dass ich dann für mich motivation jetzt aus meinen top 10 werten ziehe wo ich dann auch sage davon wiederum gesehen die ersten drei die wir hier möglich jeden tag erfüllen dann vielleicht auch gleich mal zusammenfassen und abschließen was wären für dich jetzt vielleicht also da ist deine top motivation meine top motivation die sind liebe vertrauen und bedeutsamkeit liebe in der hinsicht ich erkläre es auch kurz lieber heißt jetzt nicht ich keine ahnung lieber einen menschen abgöttisch beziehungstechnisch jetzt einer festen beziehung sondern lieber heißt ich konzentriere all mein tun auf diese eine sache und bin voll dabei dass er so ein machen begriff nicht gefühls begriff für mich und das heißt ich liebe zum beispiel ich gehe dann mit ganz viel liebe ran und design diese t-shirts weil ich fokussiere mich dann voll drauf und schaue was will ich haben und damit bekomme ich eine ganz andere ausrichtung denn weil dieses unterbewusste handeln wird dann richtig genau und ist nicht so ich fühle mich heute nicht so das kommt auch vor aber dieses vorherrschen gefühl von liebe ermöglicht mir halt ein viel schöneres leben zu füllen und das geht einher mit vertrauen heißt ich vertraue mir selbst ich vertraue den menschen mit denen ich mich umgebe die sachen die ich mache weil mir das wiederum sicherheit gibt auf einem indirekten wege und weil mir das auch diese beständigkeit dann gibt was für ein viel besserer wert meiner meinung nach als sicherheit per se ist weil sicherheit wie wir es schon mal hatten gibt es ja nicht und bedeutsamkeit dann weil mich sachen die nicht jeder macht unglaublich triggern deswegen auch dieses software mit die sicherheitsbereich weil das macht nicht jeder so was müsste ich es auf drei begrifflichkeiten unterbrechen also generell erstmal vielen vielen dank dass du dich da so auch so geöffnet hast ja achtsamkeit modularisierung und freiheit achtsamkeit weil mein job ja es vor allem anderen leuten zu helfen ich bin dozent ich bin coach ich bin jemand dem man einfach kontaktieren kann mit problemen ich helfe auch gerne weiter für mich ist da das größte problem eben dieses nein sagen auch zu sagen kommt leute jetzt nicht ich habe auch mal feierabend gerade bei senioren kursen wenn ich die gäbe es ist immer sehr sehr schwierig wenn pause ist heißt das nur jetzt haben sie ja mal einen moment zeit also da hat achtsamkeit auch irgendwo wieder grenzen aber da bin ich halt eben wieder bei meiner balance also auch immer den ausgleich schaffen aber ich möchte gerne einfach menschen helfen dadurch auch mir selbst helfen denn ich kriege von den leuten ja auch immer was zurück sei es jetzt feedback wie toll oder schlecht sie etwas fanden aber dann möchte ich halt auch einfach meine achtsamkeit gegenüber meine umwelt erhöhen und bestfall vielleicht auch andere leute in ihrer achtsamkeit etwas unterstützen dass ich halt nicht nur wie ein arschloch durch leben gehe freiheit ist mir wichtig die freiheit einfach mir zeit einteilen zu können beispielsweise wenn ich sage ich habe heute einfach keinen guten tag dann gehe ich halt einfach mal raus und klettere oder geschwimmen macht sport also das versuche ich halt auch regelmäßig zu schaffen klappt mal besser klappt mal schlechter aber ich kann jetzt zumindest sagen wenn ich nicht gerade wirklich präsenztermine irgendwo habe ich mache jetzt mal nix den vormittag treffe mich vielleicht mit jemandem gehe mit dem bouldern oder vergleichbare sagen oder einfach mal raus und spaziergang ich habe die freiheit das zu tun klar ich habe auch die freiheit 22 23 uhr noch zu arbeiten ja weil man das vielleicht nicht immer will ja oder vielleicht gerade ich bin so ein kleiner nachtschwärmer okay dafür schlafe ich dann teilweise bis um nur da bin ich anders da bin ich eher so amts um 18 19 uhr soll da wirklich cut sein dafür stehe ich auch entsprechend früher auf im idealfall ich gebe es so nicht immer irgendwo zwischen sechs und sieben um danach dann auch anzufangen das tut mir schon noch nicht weh da stehe ich halt auf die disziplin einer meiner top ten werte auch gegen disziplin sage ich gar nichts ich bin einfach nur organisch habe ich festgestellt eher so ein 8 9 uhr mensch ist ja auch okay jedem das seine ich meine es gibt ja auch nicht sowas wie jetzt die werte für jeden deswegen ist es ja auch okay dass du andere werte nimmst als ich zum beispiel weil jeder tickt ja auch anders jeder ist von dem was er genetisch mitbekommt auch von mutter und vater und von den ganzen programmen die sie uns mitgegeben haben von den erfahrungen gesellschaftlich dem partner et cetera anders geprägt und deswegen kann man das auch gar nicht universell anwenden zu sagen einer von euch zum beispiel hört jetzt das hier und sagt oh ja die drei werte von simon oder die von christian das sind genau meine wäre ich vorsichtig mit es sind anschlusssteine hier und je nachdem wo ihr was fühlt bei den werten die sind euch entsprechend wichtiger und das ist wirklich auch das dauert ein bisschen in sich reinzuführen zu schauen wo kann ich mich mehr oder weniger mit identifizieren es lohnt sich aber auf jeden fall wobei das rein fühlen jetzt auch in dem fall nicht esoterisch gemeint ist sondern wirklich man merkt ja irgendwann wenn einem etwas angenehm ist und war nicht definitiv definitiv und darum geht es eigentlich auch ja das habe ich bei meiner 40 stunden woche damals nämlich auch deutlich gemerkt das ist etwas bei dem ich mich nicht wohl gefühlt habe ich habe ertragen können ich habe mich damit arrangieren können aber es ist nichts wo ich jetzt mir montagmorgen gedacht habe geil jetzt kannst du wieder ins büro ja ebenso also bei den praktikern die ich gemacht habe war es auch so dass es eher so wie richtig sagt das so ein arrangieren so ein ja okay du machst es halt aber es war jetzt kein baum montagmorgen lasst uns ein bisschen die welt verändern bis zum nächsten wochenende ist auch wieder dieses so wenn du montags am morgens keinen bock hast schon auf die sache die du job technisch machst zu einem großen teil ja deiner zeit das sind ja 30 40 prozent deiner zeit während der woche montagmorgen muss ja nicht mal sein reicht ja schon sonntag abends wenn du dich da fürchtest wenn du es fürchtest dann kann ich jedem sagen der hier zuhört dann machst du was falsch ganz einfach und deswegen sage ich halt eben auch für mich um kurz wieder auf den track zu kommen die achtsamkeit ist für mich wichtig diese freiheit eben was ändern zu können ist für mich wichtig und der letzte punkt wäre für mich dann modularisierung dass ich mir halt eben auch einfach mein leben anpassen kann an mein echtes leben also wenn ich jetzt sehr sehr viele angestellten situationen habe deshalb so ein klassiker von chef ist der meinung du kommst morgens um acht gehst nachmittags um vier und dann hast du ja sonst kein problem im leben du musst halt nur dann und dann da sein du machst ja sonst nichts du schläfst vielleicht maximal fall aber du hast ja keine probleme du bist ja unsere funktionierende drohne im schlimmsten fall ja einfach diese modularisierung dass ich sagen kann mein leben ändert sich aus welchem grund auch immer ich ziehe um ich heirate ich lasse mich scheinen ich kriege ein kind ich lasse mich um operieren oder was weiß ich aber irgendwas ist ja immer definitiv und dann kann ich halt einfach auch das was ich arbeite was ich tue im bestfall hat anpassen deswegen meine motivation ja ich habe gewisse routine entwickelt die halt diese werte auch erfüllen wo ich dann mir selbst liebe gönne mir selbst mehr vertrauen schenken kann indem ich mich selber zum beispiel reflektiere abends immer ich nehme da fragen von dem unternehmer coach kann ich auch stärkstens empfehlen für euch wenn irgendwer interessiert ist in der richtung und meditiere zum beispiel auch gerne und gönnen wir dann auch einfach diese stille mehr und mehr was mir immer noch zwar schwer fällt weil ich ein sehr aktiver mensch bin aber durch solche sachen dann deswegen kann ich das auch verstehen habe ich eine stetige motivation an egal wie sich das leben ändert weil seien wir ehrlich unser leben ändert sich jeden tag ihr habt niemals genau das was ihr gestern hattet selbst wenn ihr einem angestellten verhältnis seid sind irgendwo doch kleinere sachen die sich immer ändern und ich meine wir wollen jetzt ja auch gar nicht über angestellte herziehen denn die haben auch absolut ihre berechtigung wenn man mit glücklich ist ja darum geht es am ende du musst da deine erfüllung sehen es gibt viele die finden das toll auch fließband zu arbeiten dann haben sie einfach ihr system dann machen sie das dann gehen sie nach hause ich hatte auch bekannten also genau gesagt tristan mit dem ich ja die normalen folgen von online gasten immer mache der hat mal gesagt der möchte das auch haben so eine art büro kannst du aufschließen kannst du zumachen kannst du vergessen dann einfach wieder also einfach wie so eine box einfach ja das kann auch vielen helfen gebe ich auch absolut recht ich meine ich würde jetzt auch nicht mein büro gerne in meiner eigenen wohnung haben oder immer nur an meinem schreibtisch von zu hause arbeiten weil dann kann ich es nicht weg tun irgendwo so diese trennung das ist für mich diese selbstliebe mal arbeit wirklich wegzupacken und deswegen auch die empfehlen aber um denn wirklich ein fazit jetzt mal zu ziehen für jeden so sagen wir drei bis fünf tipps finde raus was dich motiviert und zwar wirklich auf so einer tiefen ebene nicht dass du nur sagst ne sport macht mir spaß wieso macht dir sport spaß wirklich genau hinzukriegen und das ist wirklich eine herausforderung das dauert auch seine zeit da braucht man auch vielleicht hilfe heißt wendet euch auch durchaus an wen könnt euch auch gerne mal mit einer frage an uns wenden und findet raus was was sind eure werte die euch treiben baut euch dann als zweiten schritt vielleicht auch gewisse routinen die euch einfach helfen diese werte besser umzusetzen und kommt dann als dritten punkt einfach mit allen dingen ins machen so dass ihr wirklich euer leben an eure werte anpasst weil dann habt ihr ein fließendes konstrukt mit dem ihr euer leben immer an die er veränderung anpassen könnt oder wenn ihr jetzt richtig aktiv sogar sein wollt indem ihr euer leben aktiv gestaltet indem er nämlich mehr macht mehr und gestaltungsfreiheit gewinnt weil dann könnt ihr ein wirklich erfülltes leben leben und ein motiviertes leben das war ja unser grundthema gewesen aber das eine hat ja mit dem anderen auch wirklich intrinsisch zu tun die befriedigung im leben kommt ja auch eben aus der motivation etwas zu tun ja definitiv damit frage an euch kommentiert gerne schreibt uns was motiviert euch im leben was motiviert euch vielleicht auch uns zu hören wäre ja auch mal ganz interessant das würde mich auch interessieren schreibt uns sprecht uns ein schickt uns schickt uns rauchrechtssignale alle wichtigen infos onlinegeister punkt com alles klein und zusammengeschrieben wir wären da sehr sehr interessiert an eurem feedback und ansonsten wir haben es gerade die 23 minuten hier bei der aufnahme gerissen dann auf bald auf und aus bis bald tschüss